Du bist der drittschlaueste Mensch der Welt. Ich hatte mir mehr versprochen. Mutmaßen ohne Daten ist raten. Und was die schlauesten Bestenliste betrifft, die sind immer ungenau. Raus aus den Federn. Ich werde gebraucht. Batman, Mr. Terrific, positiv stimmt überein. Ihr werdet mich begleiten. Das Ding will uns auch entführen. Mal sehen, das finden wir raus. Wie es aussieht, hatte ich wieder recht. Tja, auch ein blindes Huhn findet manchmal eben ein Korn. Uh, der war gut. Fleischklops. Wenigstens kann ich das. Es reicht. Schlimmer kann es wohl kaum noch werden. Ich habe zu früh geurteilt. Jemand gab sich große Mühe, uns herzuholen. Aber wieso? Ich vermutete aufgrund unseres IQs. Doch nun seid ihr dazugekommen. Es dreht sich komplett um den IQ. Ihr seid die fünf schlauesten Wesen der Welt und wurde daher ausgewählt, in meiner Grips-Olympiade anzutreten. Ha! Lex Luthor lässt sich nicht zu einem Wettstreit mit dem Pöbel herab. Ich habe eine Reihe an Disziplinen vorbereitet, um eure intellektuellen Grenzen auszuloten. Der Intelligenteste von euch wird bestehen und gewinnt einen Preis. Was, wenn wir nicht mitspielen? Ganz einfach. Dann reiße ich euch den Kopf ab. Mitspielen hätte also Köpfchen. Ich hoffe, die Aufgaben sind anspruchsvoller als deine Witze. Genug Impertinenz. Wir fangen an. Zu Beginn etwas zum Reinkommen. Ein Rennen. Es gibt keine Pedale. Wie sollen wir so ein Rennen fahren? Ich gebe euch Treibstoff. Für euren Geist. Auf jedem eurer Armaturenbretter sind bunte Lichter. Sortiert sie so, dass sie eine optisch ansprechende Form ergeben. Dann kann es für euch losgehen. Gut gemacht. Ihr seid alle so schlau, wie ich es mir dachte. Ich bin mir sicher, ihr nehmt alle bereits korrekterweise an, dass der Letzte, der die Ziellinie erreicht, dran glauben muss. Das heißt wohl, ich muss Bleifuß geben. Den hole ich ein. Weck da, du Gurkenglas. Dein Halbbarkeitsdatum ist längst überschritten. Neandbetaler. Weck da, du gehst. Geh, geha, geha. 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 Was? Weißt du, woran ich denke? Die Jihar-Strategie, was ist die relative Gravitation dieses Planeten? Bis aussieht, scheidest du zuerst aus Batman. Ein Glück, dass wir nicht los sind. Du sagtest, der Letzte am Ziel, dass das im Auto sein soll, sagtest du nicht. Los geht's. T-3, 2... Jihau! Was? Unmöglich! Was? Unmöglich!